das ist auch noch so ein schöner bug dass die schrift hier nicht immer komplett ist daten werden also von daher weiter geht's nein ich würde nicht aufheben jetzt kommt er mir jetzt hergerannt sorry dass ihr meine tastatur tastatur so laut hört ich kann nix dafür meine tastatur ist halt scheiße oh oh da kommt er schon das soll noch hinter mir hernüllen so da müssen wir hin was gibt es denn hier zu sagen die schule die wo strider die müssen wir später noch kämpfen das wird nicht so angenehm egal was macht ihr da was macht ihr da naja gehen wir weiter ja niemand ist vor den kommenden sicher ich wüsste gerne welchem land habe zwei die spielse weil irgendwo in osteuropa deutschland wohl kaum da ja okay 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 es wird es ist so sehr wie ein bisschen zu viel gesoffen wir haben es ist nur so ein Was hast du gesagt, dass du da oben gehst? Ich hab' dir gesagt, dass sie uns nächstes kommen würden. Ich hoffe, dass du falsch bist. Ach, Entschuldigung. Ich kann's nicht mehr nehmen. Alles wird okay. Was werden wir da machen? Ich denke, es ist etwas. Es hat eine Spezies. Es ist etwas. Es ist etwas. So. Oh, ich glaube, ja. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Sonne scheint nicht auf mein Bildschirm. Ich bin hier. 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 Ich bin hier! Ja. Ich bin hier. hadn't ich Hier sind. Jetzt bin esta. En comigo bringen. Wow! Wow! Oh, fast schießt wieder. Hilfe! Ich habe auch keine Karte von dieser Stadt. Ich bin Alex Vance. Ich bin Alex Vance. Mein Vater hat mit dir in Black Mesa gearbeitet. Ich bin sicher, dass du mich nicht erinnerst. Ich bin sicher, dass du mich nicht erinnerst. Nein. Du bist ein paar Worte, nicht wahr? Oh, okay. Erinnerst du ihn von Black Mesa? Du bist der alten Registrier. Ich habe meine Eltern auf Dr. Breen angefangen. Durch hier. Laden. Das ist das Einzige, was an diesem Spiel richtig scheiße ist. Dass... Ja, zu viel... ...geladen werden muss. Denn sonst ist das eigentlich ein... ...großartiges Spiel. Es ist lustig, dass du an diesem Tag in speziell... ...komisch. Die Schriften sind in Deutsch. Aber trotzdem ist die Sprache in Englisch. ... 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